Ein herzliches Willkommen und Hallihallo hier zu World of Warcraft. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier in Tiefenheim mit mir, Malumo und Olaf, dem Stufe 82 Mensch-Krieger. Ja, wie erwähnt, wir befinden uns in Tiefenheim und ich würde sagen, wir questen hier direkt weiter und nebenbei das übliche, ein zufälliger Dungeon, na, du komm, von Cataclysm. So, schauen wir mal, was müssen wir hier oben machen, erster Hinweis, zweiter Hinweis, dritter Hinweis, okay, gucken wir mal, ob wir die finden, die Dinger. So, irgendwo noch ein Questgeber. Schauen wir mal. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ich brauche ein Ziel. Ich sehe hier jedenfalls keinen Questgeber. So, oben drauf. Schauen wir mal. Wo ist er denn? Ah, hier ist auch noch. Ich bin außer Reichweite. Logbuch des Käpt'ns. Ah, okay, und den ersten Hinweis haben wir auch. Sehr schön. Ah, hier ist der Zweite. Jawollo. Das könnte der Dritte sein. Sehr schön. So, hier müssen wir noch drei von killen. Und dann war es das hier auch schon wieder. War ich jetzt angemeldet für den Dungeon? Und mit Level 83 werden wir dann von Tiefenheim nach Uldum wechseln. Glaube ich. Ja, 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 nach Uldum. Das mag ich ganz gerne, das Gebiet. Da freue ich mich schon drauf. Da bleiben wir dann auch bis 85. So ist jedenfalls der Plan. Wenn ich mich denn nicht wieder spontan umentscheide. Mal schauen. Haben wir jetzt alle? Ne, einen brauchen wir noch. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. So, das hätten wir. Aber ich würde sagen, dann fliegen wir gleich noch dahin. Machen wir das auch gleich noch hier. Tor der Meister untersucht. Und Pläne für das Tor der Meister brauchen wir. Na dann. Das sollte doch machbar sein. Ach, hier wollte ich ja nochmal gucken, ob ich hier irgendwas von anlegen wollte. Später. Später, nur nicht jetzt. Das Tor der Meister. Das ist da hinten. Ui, schick. Sehr schön. Brauchen wir nur noch hier die Pläne von irgendeinem von diesen Gesellen hier. Die vertragen zum Glück nicht so viele Schläge. Oh, der ist schon ein paar mehr. Ja, da haben wir es. Ja, so liebe ich meine Quests. Ja, Tiefenheim hat schon was. Ich mag es. Ich mag es gerne. Ich schätze mal, da werden sich auch wieder die Gemüter streiten. Was wir von Tiefenheim halten. Gibt bestimmt auch viele, die sagen, naja, ist scheiße. Aber ich mag es komischerweise. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Tiefenheim haltet. Mich würde das mal so interessieren. Tiefenheim pro oder kontra, quasi. So, der Irgendein Ring ist mir gegenüber jetzt freundlich eingestellt. Na, herzhaft. Herzhaft? Na, herrlich. Grüße. Ja, ja. Achso. Mal gucken, wo wir zuerst hingehen. Ich würde fast sagen, hierher. Ja, das machen wir ruhig. Das machen wir ruhig so. Eigentlich hier, das kann ich auch. Was ich hier sehe, Pferdchen kann ich auch wieder rausziehen. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Oh nein. Ist das in irgendeiner Höhle drinnen? Oder da oben drauf? Ich sehe keinen. Oh nein. Das ist bestimmt... Ah, oder ist das hier wieder... Ist das hier wieder oben auf der... Ist das auch die Himmelsbrecher, so wie in Nordland? Nee, die heißt hier, glaube ich, anders, oder? Latunas Tor? Heißt das Ding so? Oder was? Oder heißt das Gebiet, wo ich jetzt hier gerade bin? Ach, ist doch egal. Mögen die Ahnen über euch wachen. Mögen die Ahnen über euch wachen. So. Da. Was kann ich für euch tun? Für die Allianz. Für die Allianz. Was brauchen wir denn? Informationen eines erschlagenden Besatzungsmitglieds gesammelt. Jawohl. Achso. Nee, das ist oben drauf, ne? Da lagen noch eben so viele Tote rum. Ah, ich trottel. Alter, was ist denn jetzt mit der Musik los, ey? Wie in so einem Thriller. Did it, did it, did it, did it. Oder hab ich mich jetzt doch geirrt? Ich muss ja auch hier diese Whisky-Pulle und so sammeln. Das ist doch alles schon wieder verbuggt hier. Oh, oh. Drei auf einmal. Naja. Auch das kriegt Olaf hin. Nein. Da ist die Whisky-Pulle auf jeden Fall. Das kann man schon wieder abgeben. Ja, oder waren die, waren die Gefallenen doch nicht hier oben. Aber das sieht doch hier aus. Erschlagende Besatzungsmitglieder. Das ist doch das, oder nicht? Ach. Ja. Ja, ich sollte mir vielleicht auch mal... Alles klar. Ja, ja, genau. Ich erinnere mich wieder. Da. Grüße. Grüß dich. Siehe den Ehrenfreund. Das mache ich... Mache ich... Habe ich schon... Ja, eine... Sprich-Toter. Oh, er greift mich nicht an. Nett. Ein netter Geist. Noch ein netter Geist. Moment, die sind aber alle freundlich. Der wiederum nicht. Wieso dauert das eigentlich hier so lange mit den Inis schon wieder? Nee, die war oben, ne? Ich wurde zum Fliegen geboren. Schön. Tötet sechs Zwielichtssaboteure. Und den fetten Doppelkopf-Oger. Alles klar. Den fetten Oger. Medal-Leute. Ah, nicht witzig. Das will ich auch meinen. Mein Freund. So. Oh, so ein Penner. Oh, weia. Hier drüben, hässlicher Pet-Clops. Ach, schön. Nein, nicht loslassen. Wir treffen uns oben. Die zweiköpfige Missgeburt muss ein paar Fragen beantworten. Ah, klasse. Jawohl. Wieso steht denn Olaf so komisch? Hörte sich etwas merkwürdig an. So, wir brauchen noch Zwielichtssaboteure. Sechs Stück. Hier sind gar nicht so viele. Alter, wo ist er denn lang gesneakt, ey? Vor der Kanone. Ich bin außer Reichweite. Er ist außer Reichweite. Zwei noch. Was bin ich froh, dass wir hier fliegen können. Ich habe kein Ziel. Ich weiß gar nicht, wann das Fliegen in Buralus losgeht. Im nächsten Patch, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Ich finde, man sollte gleich einfach fliegen können in jedem neuen Gebiet. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen unnötig. Warum sollte man, wenn man fliegen gelernt hat, nicht auch woanders fliegen können? Das ist doch paradox. Aber andererseits kann man so mal seine seltenen normalen Reittiere, wenn man denn welche hat, auch mal benutzen. So, was soll ich machen? Moronrock befragt. Wie mache ich das? Was hier aufsteigen auf den? Ach ja, den schmeißen wir jetzt hier in den Propeller rein. Genau. Okay, Sonnenscheinchen. Spuckt's aus, bevor ich es aus euch rausbrügle. Halt! Das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst doch einen Ehrenkodex oder sowas haben. Ich bin eine Tochter des Wildhammer-Clans und eine Schamanin des Erdenden Rings. Mein Kodex gebietet mir, meine Ahnen und die Elemente zu ehren. Von potthäßlichen Ogern ist da keine Rede. Ach ja. Aufhören, kleine wütende Frau. Ich sage alles. Was wollt ihr wissen? Alles. Einfach alles. Ihr könnt euch anfangen, uns zu sagen, wo das Fragment der Welpensäule ist. Mein Greif hat es langsam satt, euch herumzuschleppen. Es wurde dem Schmiedemeister bei Todesschwinges Sturz gebracht. Oh, ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Der lügt doch. Zieht mich hoch, ihr bösartiger Zwerg. Nein, lasst fallen. Ach, ihr wart ja nie in Gefahr, Schätzchen. Meine Freunde unten hätten euch aufgefangen. Ihr seid lebend viel zu wertvoll. Nein, der soll denn den Propeller fliegen? Was habt ihr getan? Wisst ihr, was mir der Zwielichtrat antun wird, wenn sie erfahren, dass ich geredet habe? Lieber sterbe ich. Ich habe ja was übrig für das Blutige in Videospielen. Absteigen! So, zurück zum Tempel. Ah, das wird ja heute wohl nichts mehr mit dem Inni, oder? Mit dem Inni vor allem. Mit der Inni, meinte ich. Wie lange bin ich jetzt in der Warteschlange? 15 Minuten. Naja, das geht ja eigentlich noch. Ja, das geht doch noch. Watt, watt, wieso kann ich denn hier nicht reinfliegen? Unsichtbare Wand. So, geht zur Todesschwinge Sturz in Tiefenheim. Jawollo. Wir werden überleben. Ja, man muss sich das nur oft genug sagen am Tag. Dann läuft es gleich viel besser. So, was brauchen wir denn hier? Blut von Natarion. Fünf Mal das Ganze? Ja. Ich habe kein Ziel. Ich muss näher ran. Ja. Oh, droppt jeder eins, wie es aussieht. Das ist ja auch mal was Schönes. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ah, sorry Olaf. Ich höre jetzt auf, dich nachzueffen. Tu einfach deine Arbeit. So, das haben wir. Jetzt noch so Todesschwinges Sturz. Weiß zwar nicht, was wir hier sollen. Okay. Ich sehe gar nichts. Viel zu neblig. Ach, da haben wir doch schon die Befehle. Das ging auch schnell. Herrlich. Wo ist jetzt? Versklavte Minenarbeiter befreien. Na gut. Schauen wir mal, was wir da tun können. Wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Da. Los, mein Junge. Ach, scheiße. Schlüssel benötigt. Die Frage, wo kriege ich die her? Von denen hier? Ich bin außer Reichweite. Ja, wenn die schon Aufseher heißen, dann werden die wohl auch Schlüssel dabei haben. Oh. Oh, eine reiche Elementiumada. Die Krallen waren es doch gleich noch. Schön. Den können wir auch abbauen. Ist hier noch irgendwo ein Aufseher? Die sind aber hier rar gesät, ey. Ist das überhaupt einer? Ich freue mich, ich weiß ja gar nicht, ob es von denen den Schlüssel überhaupt gibt. Aber ich bin auch echt zu faul, mir jetzt den Quest-Lock durchzulesen. Aber ich fürchte, ich muss es. Ich muss es tun. So. Was? Ende von Todesfühlsturz an Schlüssel befinden. Ah. Ah, ja. Gut. Was? Wo? Nordöstlich? Schon wieder vergessen. Äh, nee. Südöstlich hier am Ende. Nie ohne Seife. Südöstlich hier unten irgendwo. Da. Da. Da ist er doch. Lauf. Du auch, Ork. Ich habe auch ein Herz für Orks. Orks sind ja jetzt nun mal so gar nicht meine Lieblingsrasse. Ich weiß nicht, ich mag Orks jetzt nicht so besonders gerne. Wobei, kann man sagen, was man will. Mensch ist jetzt ja auch nicht so innovativ. Aber okay. Hey. Nie gesagt, dass Menschen meine Lieblingsrasse sind. Ja, auf Seiten der Allianz, glaube ich, finde ich Zwerge eigentlich mit am coolsten. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal zählt habe. Und auf Seiten der Horde habe ich eigentlich am liebsten immer toll gespielt. Ich mag die mit ihrem. Hey, Mann. Finde ich eigentlich ganz witzig. Wo soll ich jetzt hin wieder? Obere Silbermarschen erreichen. Na dann. Oh, das geht doch hier wieder voran, ey. Wenn man jetzt die Inni langsam losgehen würde. Ey, komm, ein Tank ist auch schon da. Wäre ich doch schon zufrieden. So, verschafft euch eine Trockkiste und versteckt euch darunter. Dann belauscht das Lager der Schattenharmers im Osten. Eine Trockkiste sollen wir uns also besorgen. Mal gucken, wo wir die herkriegen. Da. Von diesen hässlichen Trocks. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Hey. Was willst du denn? Das ist jetzt meine Kiste. Scher dich weg. So. Was war das eben? Hinweis auf Fragment der Wilden. Eine Forschungsnotiz in der Schattenharmers. Okay. Was? Wo krieg ich die her? Ach, hier von denen. Genubbeln. Ja, okay. Ah, da droppt aber jetzt nicht wieder jeder eins. Kann sich nur um Stunden handeln, bis wir die alle haben. Macht ja nichts. Bin ich auf der Flucht. Wir sind ja erst im Part 68, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher, wie der Part das hier ist. 68 oder 69 schon. Ach, sehe ich dann beim Hochladen. So. Die zweite Forschungsnotiz. Jetzt machen wir zuerst nochmal schnell das hier. Unter der Kiste verstecken. Hallo. Hallo. Lass euch nicht stören von dieser Kiste. Ich treibe nur so im Wasser herum. Das war schon unentdeckt zu erreichen. Oh, oh. Oh, oh. Ich dachte unentdeckt. Ja, das war jetzt nicht so sonderlich unentdeckt, aber okay. Ach so. Abgetaucht. Okay, ja. Das muss ich scheinbar auch sein. Oh. Ah, ja. Ah, jetzt funktioniert's. Gnäffrau. Trefft mich im steinernen Kern, um weitere Befehle zu erhalten. Aber sicher, gnädigste, sofort. Mhm. Äh, wenn ich fragen durfte, wie haben wir das Fragment zurückbekommen? Wie haben wir unseren Feind ohne sein Wissen unterwandert? Das möchte ich auch mal wissen. Sagen wir, wir haben einflussreiche Freunde, Schmiedemeister. Ach so. So, so ist das also. So, jetzt erstmal noch hier die letzten zwei Seiten der Forschungsunterlagen besorgen. Obwohl, wenn ich so recht bedenke, eigentlich fand ich Tauroden am besten von der Horde. Ich bin eben nochmal durchgegangen im Kopf. Tauroden, die hab ich ja völlig vergessen. Eigentlich sind das somit die coolsten. Wo ist die hier? Äh, mit dem komischen Luftschiff wieder? Wahrscheinlich. Nee. Fallzeug nach unten. Ach da. Oh. Weg mit dir. Wo finde ich den wieder? Oh, jetzt wieder da hoch. Oder müssen wir in die Höhle? Bin mir jetzt nicht sicher. Kann auch sein, dass wir in die Höhle müssen. Ich hoffe nicht. Ah, scheiße doch. Äh. Kann die Inni nicht jetzt langsam mal losgehen? Boah, halbe Stunde Wartezeit schon. Äh, das wird in diesem Part nichts mehr. Ich wollte eigentlich nicht schon wieder eine Stunde Part machen, ey. Ja, vielleicht im nächsten Part. Ah, ist jetzt ein bisschen dämlich, dass ich das abbrechen musste. Aber, sonst wird der Part einfach zu lange. Und dann dauert das halt mit dem Rennen dann wieder. Später dann vor allem mit dem Hochladen. Wird eigentlich diesen Part gerne vor 20, 22 Uhr oder irgendwas hoch haben. Ein bisschen blöd, wenn die so spät kommen. Lass mich raten, der ist da oben drauf. Wie komme ich da hin? Ne, er ist hier unten. Schön. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Hier war nämlich auch noch im Tiefenheim. Irgendwo gab es hier so eine richtig tiefe Höhle, ey. Die war richtig scheiße. Mir war gar nicht gefallen. Ich habe kein Ziel. So. Das wäre auch geschafft. Können wir jetzt hier wieder raus. Ach ja. Ja, und in Höhlen sollte man fliegen können. Das ist auch noch so ein Ding. So gucken, wo dieses Luftschiff schon wieder ist. Da hinten. Nein, jetzt rührt doch nicht um. Blödes Ding. Ist da keiner am Steuer, der das kontrolliert? Ich frage mich ja ehrlich gesagt auch, wie die Dinger hier runtergekommen sind. Wenn er eine Ahnung hat, gerne in die Kommentare schreiben. Hier einer Story-mäßig unterscheiden. Scheiße. Das sei nicht dein Ernst hier. Ich dachte, ich sollte hier ja zurückkommen. Ist ja auch egal. Ich bin einfach zu müde schon wieder. So. Gehen wir hier ab. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. So, meine Freunde. Das war's mit diesem Part. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Ich freue mich über jegliche Kommentare. Über Likes und natürlich auch über Abos. Also, gerne liken, abonnieren, kommentieren. Joa, und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin sage ich, ciao. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.